Cortés und das Grauen von Cochipipi Anno Domini, 1523 Die Welt besteht aus Schweiß. Erbarmungslos fließt er unter den schweren Brustpanzern und tränkt die derben Baumwollwamse mit Feuchtigkeit. Es klebt und scheuert auf der Haut. Die Mücken tun ihr Übriges, um den Spaniern zuzusetzen. Die blühende Vegetation weigert sich, den Weg freizumachen und so kämpfen sie mit Macheten verbissen um jeden Meter Landgewinnes. Fünfzig an der Zahl sind sie, allesamt der Abschaum der alten Welt. Doch was treibt sie in die Terra Nova in die neue Welt? In diesen dichten Dschungel, dessen Schwüle ihnen tagsüber den Atem raubt und dessen nächtliche Geräusche sie den Schlaf kosten? Es ist der Wille eines einzigen Mannes, der sie antreibt. Der Wille des Hernán Cortés. Der Abkömmling niederen spanischen Landadels hatte sich in der Riege der Konquistadoren bereits seinen Namen gemacht. Er war es gewesen, der das mächtige Aztekenreich trotz aller Widrigkeiten bezwungen hatte. Sein Wille und Ehrgeiz waren schon damals groß genug gewesen, daß er für den Erfolg dieses Unterfangs sogar offene Meuterei gegen die spanische Krone nicht gescheut hatte. Gelohnt hat es sich für ihn. Wovon aber wird der Wille dieses grausamen Eroberers befeuert? Pizarro hatte der Ruhm gelockt, Bilbao der Wunsch nach Unsterblichkeit, doch Cortés Motivation ist sehr viel materieller. Ihn treibt die Gier. Die Gier nach Gold. Diesem Stoff, aus dem Träume und Tod geschmiedet werden. Vor nicht einmal fünf Tagen war er mit seinem Schiff der Agüero an dieser fernen Küste gelandet. Nach einer Nacht am sicheren Strand hatte sich der Menschenzug ins Landesinnere aufgemacht. Es gab nicht einmal Trampelpfade, denen man hätte folgen können, und so hatte sich die Expedition schnell in ein zähes Ring mit dem dichten Wald und seinen Bewohnern verwandelt. Cortés und zwei seiner Vertrauten waren die einzigen, die das Ziel der Reise kannten. Der Rest der Hand verlesen und Ruppe hatte nichtsdestotrotz zugesagt, wohlwissend, dass da, wohin es diesen Mann zog, das Gold nicht fern sein konnte. Diese Annahme sollte sich als richtig erweisen, aber war es die Schrecken wert, die sie erwarten sollten? Am Abend des siebten Tages schoben sich dichte Wolken von den Anden herunter, und Dunkelheit legte sich über das Land. Der Himmel öffnete seine Tore, und Regen fing an, unerführlich niederzuprasseln. Die Tropfen schlugen auf den Baumkronen ein und fanden über Blätter und Zweige ihren Weg nach unten. Leichter Nebel fing an, die Füße der Männer zu umwabern. Die Stiefel hoben und senkten sich im matschigen Boden und fügten der Kakophonie aus Prasseln, Rascheln und Rauschen ein nasses Quietschen hinzu. Die Tiere des Waldes fügten sich schließlich ein in dieses Crescendo. Schien es nur so, oder war der Wald älter geworden? Die Bäume erhoben sich wie Türme vom Boden, und ihre Rinde war grau und abgewitzt. Die mächtigen Baumwurzeln waren wie riesige Spinnenbeine, die sich bedrohlich über den Boden streckten. Den Männern wurde es klamm im Herzen. Und dann sahen sie das Tor. Mitten zwischen zwei Bäumen formten drei massive Rechtecke aus Steinen einen Durchgang. Der Stein war mit Moos bewachsen und verwittert, doch zeigte er die Spuren von eingehauenen Reliefs. Der Bauer hatte das Tor mit grässlichen Fratzen und Götzen geschmückt. Cortés, der am Anfang des Zuges stand, hatte angehalten und betrachtete mit unleserlicher Miene das Bauwerk. Dann drehte er sich um, und ein Funken der Begeisterung stahl sich in seine Augen. »Willkommen im Paradies, Männer«, knurrte er und warf schallend, lachend seinen Kopf in den Nacken. Einige der Männer stimmten zögernd in das Lachen ein. Andere dachten gespannt darüber nach, was sie hinter dem Torbogen erwarten sollte, und wieder andere blickten sich besorgt an. Cortés hatte aufgehört zu lachen und strich sich seine feuchtfettigen Haarsträhnen aus dem Gesicht. »Also weiter, hinter euch!« Sie gelangten auf einen ehemaligen Platz, der mittlerweile aber von der schier undurchdringlichen Blätterdecke überspannt wurde. So hoch waren die Bäume, dass man sich unfreiwillig an eine gewaltige und düstere Kathedrale erinnert fühlte. An den Rändern des Platzes standen überwucherte und verwitterte Gebäude, die meisten davon beschädigt und verfallen. Am anderen Ende des Areals, etwa 200 Meter gegenüber des Torbogens, stiegen Stufen empor. Es handelte sich ganz augenscheinlich um einen Tempel der Indios. Die Männer hatten schon genügend dieser Sorte geplündert und gebranntschatzt, um die Struktur wiedererkennen zu können. Doch wie alles in der Umgebung wirkte er älter und bereits toter. Die Nacht hatte schon lange begonnen, als man die Zelte aufschlug und die Wachdienste ausgelost wurden. Nach einem kurzen Mal legte man sich schlafen und harte der Dinge, die morgen geschehen würden. Doch noch in dieser Nacht sollte ihnen klar werden, dass sie mitnichten im Paradies angekommen waren, wie Cortés gespöttelt hatte. Sie hatten die Hölle betreten. Nicht die der göttlichen Komödie, sondern eine sehr viel realere. Unter den ersten Wachhabenden war ein Brüderpaar aus Madrid. Ramirez und Raúl waren beide um die 40 Jahre alt und waren schon auf mancher Expedition dabei gewesen. Beide saßen sie nun am Rand des Lagers um ein kleines Feuer gekauert und Raúl spielte auf seiner Gitarre, die er trotz aller Strapazen mit sich geschleppt hatte. Die Musik und das Prasseln der Feuer sorgten für ein Gefühl der Sicherheit an diesem fremden und seltsamen Ort. Die Stimmung hatte sich so weit gelockert, als dass Ramirez lautstark über einen zotigen Witz seines Bruders lachen konnte, als sie eines Geräusches gewahr wurden, das aus einiger Entfernung zu ihnen drang. Raúl hatte zu spielen aufgehört und beide Männer lauschten aufmerksam in die Dunkelheit. Da. Da war es wieder gewesen. Widerstrebend ließen die beiden das schützende Feuer hinter sich und tasteten sich weiter vor. Plötzlich knackte hinter ihnen die Glut und sie wirbelten erschrocken herum, nur um daraufhin ein Lachen auszubrechen ob ihrer Schreckhaftigkeit. Ramirez war immer noch am Glucksen, als er eine Hand spürte, die ihn energisch am Wams zerrte. Sie gehörte seinem Bruder, der sich noch einmal umgedreht hatte und nun mit aufgerissenen Augen dastand. Willst mich wohl reinlegen, was? So leicht falle ich nicht darauf, ja. Auch er hatte sich umgedreht. Was er sah, ließ ihm das Blut in den Adern gefrieren. Ave Maria, Mutter Gottes, flüsterte Raúl neben ihm und wich zurück. Ramirez wich ebenfalls zurück, während sein Hirn zu verarbeiten suchte, was sich seinen Augen darbot. Kein Zweifel, so fantastisch und unglaublich es auch war, wie jeder Mann erkannte er es sofort. Hoden? Hoden? Hoden! Hoden! Gällte sein Schrei durch die Nacht. Cortés stolperte schlaftrunken vom Lärmgeweck zum Eingang seines Zeltes und warf einen Blick nach draußen. Und was für ein Anblick sich ihm bot. Er sah Zelte in Flammen aufgehen, Männer den blanken Stahl gezogen aus ihrem Zeltenstürm. Schreie der Verwirrung und hastig gebellte Befehle wechselten sich ab. Das Lager war überrannt von Hoden. Hoden in allen Größen und Formen. Er sah Männer, die von kleinen Hoden nicht größer als die Wurfbälle der Maya in den Bauch getroffen wurden. Größere Hoden, die es gleich mit Zweien seiner Männer aufnehmen konnten und gewaltige Exemplare die ganze Zelte samt der Unglücklichen, die es nicht nach draußen geschafft hatten, unter sich begruben. Jeder gottesfürchtige Mann wäre, ob dieser Teufelei erstarrt, so aber nicht Cortés. Nackt wie er war, stürmte er das Schwert in der Hand nach draußen und warf sich den Kreaturen entgegen. Das Scharmützel gewann an Intensität. Blitze von Musketenfeuer zuckten durch die regnerische Nacht. Mittlerweile hatte der Angriff der Hoden seinen Überraschungsmoment verloren und die Angst der Spanier hatte sich in blutrünstige und kalte Wut verwandelt. Mehr und mehr Kugeln fanden ihren tödlichen Bestimmungen folgend ein Ziel. Die Hoden wurden niedergemacht und die Reste versprengt. Der anfängliche Jubel der Spanier wanderte sich alsbald in Entsetzen, als sie Cortés erblickten. Er stand schwer atmend auf einem Berg aus gefällten Feinden. Der Kampf mit dem unmenschlichen Gegner hatte die Maske der Zivilisation heruntergerissen und das wahre Wesen dieses Mannes offengelegt. Die Klinge mit blutigen Fetzen behangen, der nackte Körper und Bart mit Blut und Sekret beschmiert, das lange Haar triefend vor Schweiß und mit einem diabolischen Siegesgrinsen auf dem Gesicht. Im lodernden Licht der brennenden Zelte sah er aus wie einer alternen Höllendarstellung entsprungen. Der Kampf war gewonnen und allmählich hörte das Blut auf, in den Ohren zu rauschen, doch blieb die Stimmung unter den Männern gespannt. »Was zur Hölle war das, Kommandante, was wusstet ihr davon?« »Gottes, was suchen wir hier eigentlich?« »Ja, wofür riskieren wir unser Leben?« »Antwortet«, so bestürmten sie ihn. Der hörte nur mit halbem Ohr hin, starrte gedankenverloren auf seine blutige Klinge und es wäre sicher alsbald zu einer handfesten Meuterei gekommen. Doch just in dem Moment, als die Stimmung vollends zu kippen drohte, hob er die Hand. »Ruhe, ihr Lungen!« Augenblicklich eppten die Geräusche ab, und es wurde still, nur mehr der Regen prasselte munter vor sich hin. Und er begann ihnen von der Legende zu erzählen, die diesen Ort umrankte. Zum ersten Mal war sie ihm zu Ohren gekommen, als er dabei war, einem hohen Priester der Indi aus die Zunge herauszuschneiden, weil sich dieser beharrlich geweigert hatte, den wahren Glauben anzunehmen. Cortes' Überredungskünste zeigten insofern Wirkung, als dass der Priester, in der Hoffnung sein Stimmorgan retten zu können, begann, den Weg zu diesem Sagen, um wogenen Ort zu beschreiben. Angeblich hatte sich hier die Hybris des Menschen gegen ihn gekehrt, als die männlichen Bewohner von ihrem Gott Quetzalcoatl forderten, er möge ihnen endlose Potenz schenken. Wer hätte ahnen können, dass der Gott dieses Gesuch so wortwörtlich verstehen würde. Die Hoden der Menschen hatten ihre Besitzer einfach aufgesogen. Der Ort wurde in Folge jahrhundertelang von den rastlosen Hoden heimgesucht und war bald der Vergessenheit anheimgefallen. Diese nette Geschichte allein hätte Cortes' nicht beeindruckt, aber der Priester erwähnte auch, dass die Stadt als Hort für einen gewaltigen Goldschatz diene. Gold. Da war es wieder gewesen. Seitdem war der Mann besessen davon, den Ort zu finden und das Gold für sich zu beanspruchen. Seine Dankbarkeit hatte er gezeigt, indem er den Priester leben ließ. Die Zunge hatte der trotzdem lassen müssen. Nicht auszudenken, hätte er die Geschichte mit einem anderen Abenteurer geteilt. Nein, dieser Schatz sollte Cortes alleine gehören. Nachdem er seine Erzählung beendet hatte, blickte Cortes auf einen sich noch windenden Hoden. Dieser hatte sich anscheinend nur unglücklich gestoßen, denn außer einem dominanten blauen Fleck war er ohne offensichtliche Verletzungen geblieben. Vier Männer stürzten herbei, um ihn auf dem Boden festzuhalten, während Cortes dem Häufchen elend sein Florett an die nackte Haut hielt. Wo ist das Gold, hm? Aureum, das weißt du doch, oder? Er hatte das Wort der Indios für Gold benutzt, doch der Hoden schien ungewillt, Antwort zu geben. Man würde ihn gefügig machen müssen. Ein teufelsches Grinsen zuckte über seine Mundwinkel. Du willst nicht antworten? Na gut. Wachst ihn! Er hatte den Befehl nur gemurmelt, doch ein ungewöhnlich kalter Windhauch blies seine Worte durch die Reihen seiner Männer, die erschauderten. Auch der Boden zog sich zusammen und erzitterte. Die Männer nahmen ihre Kleidung, rissen sie in lange Streifen und erhitzten Wachs in einem Bottich. Das warme Wachs schmierten sie auf den Hoden, der sich wand und winselte. Im nächsten Schritt legten sie die Stoffbahnen auf die Wachsschicht. Die Methode stammte aus Europa und wurde mitnichten von der Inquisition, sondern vielmehr von schönheitsbewussten Frauen eingesetzt. Sie unterzogen sich dieser Tortur, um die Haare ihrer Beine zu entfernen. Das Wachs erkaltet und haftet sich dadurch an den Haaren und Stoffstreifen fest, die dann abgezogen werden und die Haare mit sich nehmen. Der Hoden hatte keinen erkennbaren Mund, doch konnte man einen gellenden animalischen Schrei hören, als der erste Streifen abgezogen wurde. Die Männer starrten zu Cortes, doch der bedeutete ihnen fortzufahren. Noch dreimal wiederholte sich die mörderische Prozedur. Dreimal ertönte der Schrei des Hoden. Dann war der Widerstand gebrochen. Auch eine Kreatur des Teufels hatte dem Willen dieses Satans im Menschengewand nichts entgegen zu setzen. Vom Hoden durch den Tempel geführt erreichten sie alsbald das Ziel der Strapazen, den Goldschatz von Kutschupipi. Ein jeder nahm sich davon, so viel er tragen konnte, und man machte sich eiligst fort von diesem verwunschenen Ort. Sie verließen den Totenteil des Urwalds, kamen bald in freundlichere Gefilde und erreichten schließlich das ankernde Schiff. Hier fiel schließlich die Last von ihren Schultern, und sie feierten ausgiebig mit dem reichlich an Bord gelagerten Rum. Erleichtert und trunken fiel das Schiff alsbald in süßen Schlummer. Ach, hätten sie sich doch nur in Wachsamkeit geübt. Nur Cortés stand vorne am Bug und blickte versonnen aufs dunkle, tiefe Meer hinaus. Hatte er sie nicht gewarnt und ihnen zu verstehen gegeben, dass er nicht gewillt war, das Gold zu teilen? Der Kranke durch starke Wille formte einen unerhörten Gedanken. Noch einen Augenblick stand er so, dann zog er leise seinen Dolch und machte sich auf, zu den Kojen sein unmenschliches Werk zu vollrichten.